Hallo, hier ist wieder euer Romin für euch. Es ist 14.13 Uhr. Ich möchte euch alle einen schönen ersten Advent wünschen und eine besinnliche Weihnachtszeit mit euren Familien. Besinnt euch, genießt die Ruhe, schaut schöne Märchen wie der Rasenwischer für Aschenbrödel. Oder was schaut ihr gerne für schöne Märchen? Schreibt es mir darunter in die Kommentare. Des Weiteren war ich heute auf der Neugründung von St. Peter und Paul. Die Zusammenlegung der St. Andreas, St. Stephanus und St. Vaborga. Früher standen diese drei alleine. Jetzt ist es ein Verbund und heißt Peter und Paul. Ihr könnt ihr mal reinschauen. Ich verlinke euch das Video darunter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Ciao mit V. Euer Robin. Bis zum nächsten Mal.